Wir sind wohl ein bisschen zu früh dran, weil im Internet stand, dass heute der Campingplatz offiziell wieder eröffnet wird, also Winterpause, da konnte niemand hier campen, aber hier wird noch ein bisschen umgebaut, also hier war eine sehr schöne Location, da ist noch mal ein kleiner Biergarten und da waren Tischtennistische da, alles cool, aber scheinbar wird hier noch umgebaut, sind wir mal gespannt, bis wann der Umbau zu Ende ist, und hier gibt es und gab es einen Imbiss, konnte man echt cool chillen, aber jetzt ist das wohl im Moment nicht möglich, was hier noch umgebaut wird, haben wir noch nicht rauskriegen können, aber warten wir mal ab, wir schauen morgen nochmal hier, beziehungsweise in ein paar Wochen, wenn hier alles wieder am Laufen ist. Jawohl, da haben wir es ja schon, Vitamin C, also bei 14 Liter, die können wir natürlich nicht einnehmen, weil hier geschlossen ist und der Automat wird auch keine 14 Liter haben, aber ein sehr cooler Spruch. Mus solar Musik 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 Bis zum nächsten Mal.